Hey Leute, Part 7 von Lara Croft and the Guardian of Light spielen wir jetzt und ich muss mal kurz gucken. Hier können wir wahrscheinlich die Kugel hier in dieses Loch hinein buxieren. Ich überlege gerade warum das Spiel jetzt gerade ein bisschen laggt. Komm, put 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 put. Na, komm, roll, roll, jawoll. Bäm. Gut, das werden wir aber erst im nächsten Steps, sag ich mal, da unten einfädeln. Hö. Da ist ein medizinisches Ding. Dich, das. Das war's. Ich hab's schon gemerkt, Leute. Ich hab jetzt da nix mehr sagen können. Ich seh los, da geht's ne Treppe runter. Da gibt's irgendwas. Waffe entdeckt. Leichte MPs. Und oh, schau mal. Da ist ein Toter sogar unten. Okay. Was mach ich denn jetzt aber hier? Hm. Eins von zehn. Und da gibt's ein Grab. Aber hier können wir ja auch irgendwas tun. Oh, da war ich zu langsam. Mist. Hm. Oh no, ich darf das Ganze noch mal machen. Oh. Oh. Trappe Technik. Ja, da ist es so gut. Shit. Wuff. Muss ich das da unten jetzt nochmal einsammeln? Ne, das hat er sich gemerkt. Und da geht es auch weiter. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier in dieses Herausforderungsgrab, in das Optionale. Ja. Hm. Sieht mal nach tiefen Abgründen aus. So, da kann ich was abschießen. Da ist ein Haken oder ein Ring, an den ich mich eigentlich haken kann, wenn ich nicht so blöd gewesen wäre, um runterzufallen. Da ist ein Haken. Ach, und da muss ich ran. Und wie komme ich da ran? Oh. Na, das geht wohl nicht. Das ist zu weit. Hm, hm, hm. Bist du sicher, dass das zu weit ist? Ich versuch's mal nochmal. Ja, das ist viel zu weit. Oder zu weit oben, sagen wir's mal so. Muss ich da schnell sein? Da sieht man dann, wo er hinzieht. Ah. Nicht zu früh gesprungen. Ich dachte, schnell springen, damit sie dann damit hochfährt oder so. Oh. Das hab ich einfach nicht hingeguckt. Sorry, Leute. Bin aber auch unkonzentriert heute. Aber irgendwie ist das Spiel auch ein bisschen langsamer. Deswegen bin ich etwas verwirrt. Mhm, okay. Aber jetzt kann ich nicht gleichzeitig schießen. Hm. Kann ich da irgendwie... Kann ich da raufspringen? Und wenn ja, bringt mir das überhaupt was? Hm. Ich probier mal nochmal was. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ich... Nee, ich kann ja nicht. Moment hier mal. Ich kann ja nochmal so. Ach so. Nochmal. Na. Ich verzieh immer im letzten Moment. Tatsächlich. Das sieht gut aus. Artefakt entdeckt. Steinpfeil. Haben wir die? Nee, schon. Dann komme ich jetzt da wieder sicher rüber. Ja. Da komme ich jetzt sicher rüber. Schön. Den Steinpfeil hätten wir. Ich glaube, unsere Pfeile werden immer mächtiger. Wenn der alte Totec das doch nur geahnt hätte. Wie kriege ich dich jetzt mal auf, bitte? Das muss doch hier irgendwas mit dem hier zu tun haben. Kann ich denn nicht hier in Sicherheit hüpfen? Ja, tatsächlich. Das war jetzt die einzige logische Power-Up entdeckt. Die einzige logische Möglichkeit hier, das aufzukriegen, dass die zwei Schalter hier irgendwas zu tun haben. Gut, dann gehen wir jetzt mal die Leiter wieder runter. Waren wir ja schon mal. So, wo kann man denn jetzt mal hin? Bestimmt irgendwo, wo es viele Gegner gibt. Kontrollpunkt. Und ein Kontrollpunkt gibt. Da muss ich die Kugel rausholen. Da muss ich wahrscheinlich hier durch das Gitter auch durch. Ja. Und da muss ich jetzt hier irgendwie in die Mitte. Um das alles zu bewerkstelligen. Und da ist dann auch noch so ein schönes Power-Up mit für meine Munition. Versuchen wir es mal. Ja, das sah gar nicht schlecht aus, oder? Aber, hm. Wahrscheinlich darf ich den ersten hier nicht berühren. Okay. Die Tür ist aufgegangen. Ich ziehe dich jetzt mal schon mal vorsichtshalber raus hier. und roll dich mal da durch. Okay, das Power-Up hat man auch noch uns gegönnt, zuzusagen. Oh, ja. Oh, ja. Äh, ja. Na. Ach, das ist jetzt das, was hier verschlossen war. Bam. So, jetzt haben wir ja zwei zusätzliche Kugeln. Fussieren Sie denn alle Kugeln in den Hauptraum. Ich bin schon mal. Ich bin SCH anxaust. Hallo. Ich bin ein. Ich bin schüphflägt. Ich bin nicht. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Das ist jetzt. Ich habe die ganze Munition verbraten, Leute. Aber ich glaube, hier gibt es einiges zum Aufsammeln. Munitionstechnisch, meine ich. Hatte ich da auch so eine Erinnerung, dass es da hier einiges gibt. Jawohl. Und unten war, glaube ich, noch mal einer. Ja, lass mal losladen. Und ja, die Kugeln müssen natürlich auch mal rauf. So. Ich hatte doch aber eine zweite Kugel hier auch noch. Oder? Ahem. Ich hatte die doch von oben runter. Muss ich nochmal machen? Nö, oder? Einfach nur nö. Also gut, dann rennen wir halt noch mal hoch. Ist ja nicht so. Okay, da komme ich gar nicht mehr durch. Die hatte ich doch. Da ist das Grab. Ö, nochmal. Haben wir das jetzt eigentlich mit diesen buxieren sich alle Kugeln? Das hat er uns so angezeigt. Kriege ich da noch ein paar Kugeln zum buxieren? Oder war das jetzt? Nee, das war es natürlich noch nicht. Ist ja klar. Geht es hier noch irgendwo weiter? Nee, hier geht es nicht weiter. Ja, dann müssen wir mal nochmal runtergehen und nochmal schauen, ob wir irgendwo eine Abzweigung vergessen haben. Eigentlich dachte ich, wir hätten schon vier Kugeln. Aber vielleicht irre ich mich. Oder war ganz sicher, irre ich mich. Aber die hat man ja schon. Ah, die müssen wir nochmal machen. Die müssen wir nochmal machen. Ja, ja. Nee, nee. Okay, die müssen wir nochmal machen. Die Kugeln. Wobei das so aussieht, als würde da von oben nochmal Nachschub kommen. So, und die plumpst doch jetzt da unten durch, oder? Gute, ist sie schon und ich habe es bloß nicht gesehen. Jawohl, Lara. Ja, da unten liegt eine, genau. Dann gehen wir da mal gleich runter, bevor wir wieder... Bevor wir der Kugel wieder wegsterben. So. Genau. Ja, es öffnet sich immer mehr. Aber noch nicht genug. Habe ich denn hier am Anfang irgendwelche... Ups. Kugeln übersehen. Hätte es hier noch irgendwas gegeben? Nicht wirklich, oder? Nee, da kommen wir auch nicht zurück. Also nochmal. Wie viel brauchen wir denn eigentlich nochmal so überblicksmäßig? Drei, oder? Nochmal vier. Vier Stück noch. Wo sollen denn hier nochmal vier Kugeln herkommen? Lauf, Lara. Lauf. Lauf. Waren wir hier schon? Da waren wir wahrscheinlich noch nicht. So. Hmhm. Ich bin misstrauisch. Da oben ist die Kugel. Oh. Ah, okay. Ja, da war ja diese Geschichte mit dem Wegsprengen. Nicht wahr? Blitzt auch noch was. Die Frage nur, ob ich's... Ne? Da kann ich's hier wohl nicht runter. Aber hier hab ich einen Totenschädel. Ups. Zwei von zehn. Na, das kann ja noch ein bisschen dauern. Was heißt denn? Ich find mal wieder nicht alle. Jawohl. So, hab ich mir das gedacht. Bäm. Ich glaub, hier bin ich dann mal soweit fertig, oder? Das war zwar nur ein kurzes. Ah, da kann ich dann das wahrscheinlich hier durchschieben. Das ist ein. Jawohl. Wamm. Huh, das ist immer knapp. Knappe Sprünge. Okay. So. Wo bist du denn? Da bist du. Ach. Bäm. Ich hab jetzt die Taste nicht getroffen gehabt. Sorry. Jetzt. Ja, es wird schon immer mehr. Aber ich weiß nicht, wo die restlichen sein sollen. Aber das werden wir vielleicht noch herausfinden. Weil, wie schon gesagt, da oben sind ja so komische Gestelle, so komische Röhrengestelle. Ich mein nämlich hier. Die zwei da oben. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt. Aber woher? Das ist die Frage. Ähm. Müssen wir dann nochmal an dieses Mauerlauf teil und in die andere Richtung oder so? Na. Ja, nee. Das geht nicht. Aber da oben scheint's weiter zu gehen, oder? Ja. Ähm. Nee. Aber da scheint's wirklich weiter zu gehen. Hätte ich da die Kugel gar nicht runter tun dürfen. Hm. Wie kann ich denn... Oh, hätte ich da die Kugel nicht runter machen dürfen. Muss ich die da jetzt wieder raufbringen? Die krieg ich ja gar nicht mehr rauf. Äh? Da war ich schon nicht, war ich? Da oben ist ein zumindest ein roter Schädel. Den krieg ich jetzt nicht mehr. Also da geht's nicht weiter. Den roten Schädel da oben hab ich jetzt versemmelt. Ja. Hm. Wo sind denn mal die restlichen? Äh. Ich seh hier zumindest mal nix. Ah, Momentchen. Hier geht's ja weiter. Uh, das ist ne Falle. Ah, okay. Die schießt nicht immer gleich. Also von da... Mhm. Links, rechts, außen, Mitte. Links, rechts, außen, Mitte, links. Ist glaube ich gar nicht schlecht für den Rückweg, wenn wir die aus dem Weg räumen. So. Nein. So, Lara, weiter geht's nach oben. Kontrollpunkt. Gut, Leute, aber bei diesem Kontrollpunkt würde ich sagen, machen wir dann weiter im nächsten Part von Lara Croft and the Guardian of Light. Also, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Vielen Dank.